Gibt's ja nicht. Da bist du schon halb durchs Level. Gucken wir mal da runter. So ein bisschen rechts im Auge behalten. Ja, ich bin gerade meine L86. Ja, bei wem erzähle ich das? Was? Das mit nach rechts gucken. Ja. Kann man nie wissen, wo das Ganze ansteht. Braucht ihr denn? Ja, ich bin auch ein Gucker normalerweise. Warte, im Norden waren es sicher ein paar. Mal schauen auf der Insel. Da drin ist schon einer. Dort. Sehr schön. Allein oder? Ich habe nur einen gesehen. Aber es waren ja zwei Solos. Aber ey. Hä? Der ist ja da. Das sind zwei. Ja, einer schaut da oben. Ja, der ist ja da oben. Dort, der obere. Sehr schön. Hier hinter dem Haus war noch einer. Ich gehe mal auf die andere Insel. Ich sehe ihn nicht. Die L86 ist wirklich gut. Also ich habe jetzt, ich muss meine 50 Kills noch machen. Spiele ich seit ein paar Runden, aber da geht schon was. Er wird im Haus sein, schätze ich mal. Ich ping mal. Hä? Ist keiner. Anscheinend, anscheinend der nächste am Verbarrikadierten. Verbarrikadierten? Nein. Außer er hat natürlich einen Störer. Es könnte sein, dass der den gekillt hat, bevor ich ihn gekillt habe. Schauen wir mal rüber. Ach, dass die gar nicht zusammen gehört haben. Da liegt einer, oder irgendwas liegt da. Jo. Hier liegt einer. Die ES-16-Typ. Okay, beim verbarrikadierten Haus geht es zu. Komm mal zur Saison zuerst. Jo. Oder willst du direkt hinter? Nein, können wir. Ah, ein Schalter ist hier und einer ist auf der anderen Seite. Ja, ich gehe schon zum anderen. Anscheinend nur noch einer am Verbarrikadierten. Perfekt. Dann holen wir das mal hier und dann gehen wir doch dann zu dem Kollegen. Ah, steht unten drin. Ich habe telefoniert. Hier hinten drin steht da. Okay, der Telefon hat abgehoben. Der letzte hat aus. Ja, der ist auch hier. Ja, macht es uns einfacher. Dann gehen wir zu dem letzten. Dann ist der immer noch dahin. Da ist er. Auf dem Berg. Da, 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 da. Da, da, da. Dann schießen kann er. Dann schießt er ohne Skorp. Der Bruder. Da, 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 da. Ich habe ihn dreimal erwischt. Ne, ich auch zweimal, glaube ich. Gar viel leben kann er nicht mehr, also. Jetzt wird er sich heilen. Aber weg ist er, glaube ich, nicht. Ah, ne, da läuft er. Wo? Äh. Jetzt läuft er vor. Dort. Dort. Sehr schön. Mal schauen, was der hat. Oh, der hat ja gar nichts. Brauchst du irgendwas? Er hat Chemikalien. Chemikalien lasse ich dir. Kannst du lassen. Dankeschön. Er war da gar nicht am Verbarrikadierten. Aber entweder ist der schon leer gewesen. Er hat fast nichts drinnen gehabt. Ach so, das ist die vielleicht. Ich ping noch mal, um sicher zu gehen. No Radius Signals. Da ist noch ein bisschen was drin. Na, für die Experten. Schatz, habe ich auch. Ist hier. Ach, hör auf. Schatz, ist hier. Geht sich auch noch aus, normalerweise. Nehmen wir die Füße in die Hand. Ach, auf dein Ping. Den blauen. Nein, nein. Hier. Bei meinem 1er. Ach so, schon. Da ist ein rotes Auto. Ein ziemlich fertiges. Und da drauf müsste es sein. Hier vorne irgendwo. Hier. Hier ist es. Entschuldige, dass alles so lange dauert. Alles gut. Ich mache mich mal, ich bin ziemlich schwer. Ja. Oh weh. sehr schön so gefällt mir das ich schaue hier nur nach links weil da kann aufwärts wohnen ich schaue mal nach rechts aber da sind weil ein paar das kann schon sein dass da keiner ist Yes, I know. Hier scheint keiner zu sein. Boah, hab ich. Ich hab ihm grad noch ein paar von der Platte weggenommen. Willst du da rüber oder gehen wir zuerst zum Barthaus? Na, ich muss eigentlich nicht meinen Kanal noch schauen. Ist das bei dir die Schüsse? Ne. Hier drüben ist mein Telefon. Mit Spiegeln. Sehst du wo? Ne, aber ich dürfte nicht weit in der Seite. Ah, oben am Schiff. Ja, das sind zwei. Einen hab ich gekillt. Ist das? Gibt's ja nicht. Zweite ist dort. Sehr schön. Da ist noch einer. Wo? Oder? Also ich hatte kurzzeitig drei gesehen. Ich glaub die haben irgendeinen gekämpft. Ich war mir nicht sicher, ob die den auch gekillt haben. Gekämpft haben sie, ja. Ja. Ja, da ist ein dritter. Den haben sie schon gelootet. Okay. Dann passt's. Ich dachte mir nur, dass ich da eben noch einen gesehen hab. Ping hat leider keiner von denen dabei. Also ich hab noch einen. Ja, komm doch her. Schauen wir dann nochmal. Ist der Container schon offen? Ist offen, aber auch leer. Da ist nichts. Ah, hier ist einer. Hier drüben. Hinter dem Stein verschwunden. Ah. Hier links. Na, da guckt er. Nein! Ah, das war Hellhawk. Du bist aber noch da hinten. Ja, ich bin tot. Ah, du bist tot? Ja. Ja. Komm. Zeig dich. Ich seh ihn nicht. Da hinten schießt noch einer. Das kann ja aber nicht er sein. Da oben ist er. Ja. Ja. Ja, endlich. Also ich. Hatte ich noch einen Ping? Ich weiß es nicht mehr. Wo bist du? Ja. Ja, ziemlich gerade vor dir. Ja, hier. Pink hast du keins mehr. Schade. Ja. 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 Ja, doch. Ein Ping hast du gehabt. Schauen wir nochmal. Hast du im Haus? Da? Im Haus. Da? Im Haus. Ja. 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 Keine Ahnung. Ja. Und das hat einer zur Abschreckung hingestellt wegen dem Drop. Ähm. Der sieht natürlich voll auf dem Drop runter, ne? Naja. Ja. Was ist das? Der hat nie mehr nur Mien. Der hat nicht mehr Mien gehabt. Der hat nichts anderes gehabt. Dieser Hellhock. Hm. Da ist der wirklich noch, na? Echt? Ja, beim... Ah, wo ist der? Leuchtung? Nee, der ist beim Firmen barrikadiert. In der Nähe. Probierbar. Ja.